Ich habe auch was gehört. Ich bin Gabelstapler. Ich bin Fässern, ob sie Fässern noch mehr. Okay, ich bin Gabelstapler. Ich bin in den Tunnel bei der Grube. Okay. Ich bin beim Roten, ich bin Licht. Wer ist das? Wer ist das? Ich bin es. Okay, okay, passt. Wiggle, wiggle, wiggle. Jetzt halten wir ruhig. Ich höre was. Chris, bist du das? Läufst du? Ich lauf gerade. Es kann sein, dass wir nebeneinander sind. Mario, das ist ein anderes Settel. Wo bist du gespawnt, Chris? Ich bin nicht bei dir. Das ist mir zu stressig zu viert, Leute. Ich glaube, ich muss mich hier auf Sounds konzentrieren. Ich bin über euch wahrscheinlich. Ich bin bei Gabelstapler. Okay, wir sind jetzt bei der Grube. Okay. Ist dort wer? Ich komme zur Grube, aber ich brauche noch kurz. Seid mal ruhig, bitte. Scheiße. Ich lauf jetzt auch im Tunnel in Richtung Grube. Okay, wer ist oben bei der Grube? Ist dort jemand? Ne, von mir nicht. Okay, dann schieße ich alles, was da jetzt kommt. Ich bin am Eckendel im Tunnel. Ich gehe jetzt in die Grube rein, zum grünen Licht. Über mir läuft was. Ich bin hier. Das bin ich. Okay, über uns läuft was. Ja, das sage ich ja. Ah, da in der Grube ist was. Ich bin in der Grube. Okay, okay, okay. Okay, Jungs. Dann müssen wir das hier schnell beenden. Das ist ein Scaf, der hier oben rumrennt. Ich habe hier einen. Okay, warte. Ich habe einen Vorschein ab. Lade einmal nach. Ich habe einen Scaf. Ich bin hinter euch. Okay, ich gucke mal, was der so hat. Ja, ich deck dich. Ich deck dich lieber. Ich höre euch unten laufen, als wärt ihr direkt neben mir. So, okay. Haben wir alles. Wo ist Thomas? Ich bin über euch. Ich stehe neben euch. Okay. Wo ist das? Wo, 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 wo? Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Spieler? Keine Ahnung. Sind wir noch mehr? Ich werde beschossen, bin fast tot. Ich weiß nicht, was mich beschießt. Irgendwas hat mich mit einer schallgedämpften Waffe angeschossen. Ich weiß nicht. Uschi, hast du dich versorgt? Ja. Ich brauche eure Hilfe. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich höre auch zu viele Sounds, mit denen ich nichts anfangen kann. Thomas, du kannst dir denn einen Scaf da hinten noch holen. Der hat den Rucksack und so an großen. Wir denken nicht dabei aus. Wo genau bist du, Chris, jetzt? Ich bin über euch immer noch. Und ich glaube, ich wurde beschossen aus dem Büro. Dänder? Ja, Dänder. Ich knie an den blauen Containern. Ich glaube, ich höre dich. Schaust du es unten rein zu uns? Ich glaube nicht. Also, ich wurde beschossen, als ich zu euch runterkommen wollte. Von daher, keine gute Idee. Okay. Ich kann jetzt zeigen, wie ihr alles glücklich nehmen, Leute. Nehmt ihr es mit. Ja, ich guck mal, deckst du mich noch kurz. Dann gehe ich mal zu Chris. So, ich komme jetzt rauf, die Stiegen. Bei der Grube. Okay, pass auf. Ich bin hinter den blauen Containern. Die blauen, also im Eck hinten. Ja, 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 ja. Hier bin ich jetzt, guck. Das ist keine Map, die man zu viert spielen sollte. Das ist der reinste Witz gerade. Wir sind ja mehr damit beschäftigt, uns zu sagen, wo wir gegenseitig sind. Ich würde in die Büros hochwollen. Thomas, kannst du das Bierpack in dein Ding Case packen? Das solltest du echt mitnehmen. Ich habe schon eins bei mir im Endeffekt. Warte, dann guck ich, dass ich... Das Büro sehe ich nichts. Ich habe eine Granate mit, wenn es ist. Ich sperre mal da auf. Ich bin schon dabei. Okay. Ich habe einen, war ein Scav. Ich höre noch einen Russen labern. Pass auf, da unten. Haben ihn. Mein Bein ist schwarz. Meins auch. Wo seid denn ihr? Wir sind oben in den Büros. Okay, wir kommen hoch. Verschritt dich auf der Seite 10. Wir kommen jetzt die Treppen hoch. Auf welcher Seite? Ähm, vom Solo-Spawn. Okay. Die Shotgun kannst du mitnehmen. Ich habe keinen Platz dafür. Warum tue ich jedes Mal die scheiß Scav-Westen looten? Wir sind jetzt oben am... Ey, Felix. Der Stream läuft oder was? Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind da. Wer ist das an der Tür? An der Tür ist ein Tote, hoffe ich. Ne, da ist einer mit einer Pistole. Legt sich hin. Wer hat sich da... Leute, echt? Ey, deshalb spiele ich das Spiel nicht. Oder diese Map nicht im Team. Das hat sowas von keinen Sinn. Wir sind hier zu viert. Ich weiß gar nicht, was da gerade los ist. Da hinten. Ich bin auf jeden Fall angeschossen worden von einem von euch. Ne, das war der Typ, der am Boden lag hier. Hast du was zum Banagieren? Okay, das heißt... Ja, ich humpel wieder. Warum kann ich das Ding nicht zum Schmerzlinder nutzen? Soll ich dir ein Morphine droppen? Komm her. Da hinten geht es schon weiter. Komm her. Ja, drop bitte eins. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Da, da. Wenn du durchkommst durch die Tür, genau da am Boden. Das ist gerade so lächerlich. Was wir hier... Ja, ich schaue genau drauf. Ja, ich sehe es. Ja, Richtung Solo-Spawn ist auf jeden Fall geballert. Das müssten es Gaffs sein. Ne, das bin ich. Haben wir die Tür hier überhaupt aufgemacht und reingeschaut? Ja, aber mein Bein ist hier. Jetzt weiß jeder, wo wir sind auf jeden Fall. Ich gucke, ob ich da was wegholen kann. Ich sehe nichts. Ich sehe auch keine Scavs da unten. Da unten ist ein Spieler. Zwei Spieler. Wo? Vom Solo kommen die. Das sind zwei Scavs. Oder zwei Scavs. Spieler dürften keine mehr da sein, laut der Rechnung. Pass auf, die schießen ziemlich gut. Einen habe ich erledigt. Da war aber noch einer. Ja, äh, äh. In Containern drüben. Ich sehe es. Ich habe ihn. Sehr schön. Ich gehe mal runter. Ich gehe mal runter. Ich gehe rechts über das Metall. Nicht erschrecken. Bin über dir. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Ich bin zwei. Ich sehe zumindest niemanden. Ich komme hier über die Treppe jetzt runter. Bin hinter dir. Pass auf, das kann immer noch jemand hier sein. Ich höre hier drin, jemand kann das sein. In dem blauen Container, Marius. Hier links drin. Weiß ich nicht. Nee. Klar. Wohin. Hab ihn. Alter. Da ist noch einer. Hab ihn. Scheiße. Okay, Jungs. Looten und raus hier. So, grüne. Grüne Kisten. Wer ist das da? Ich glaube, die Treppe runter gerade. Okay, okay, okay. Ich bin auf der anderen Seite von der Treppe. Habt ihr irgendwas gegen meine Brüche hier? Ähm, Leute, wir gehen sowieso gleich raus. Lootet schnell. Da müssen wir hier nicht großartig rummachen. Ich laufe schon mal zum Ausgang. Ja, ich habe leider mein zweites Muffin in Christ gegeben. Und ich hoffe, dass mein zu schnell nicht zum Wirken aufhört. Packer passt hier nicht rein. Na, schade. Weckst du mich noch kurz, Chris? Ja. Pass auf, es können immer noch Spieler-Scafs unterwegs sein. Wer ist denn da hinten an dem Gabelstapler? Ich, 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 ich. So, Jungs, schnell looten. Hab's. Wo bist du, Chris? Ich bin hier am Ausgang. Okay. Okay, sehr schön. Kein Sachen, nicht schneller. Okay. Ich mach so lange die Tür auf. Leute, Leute, was für eine Aufregung hier. Wartung. Tür ist offen, habt ihr ihn? Nein, ich weiß nicht, wo... Kommt, kommt zu mir. Deck bitte in Thomas. Boah, ich komm hier nicht über den Scheißdreck drüber. Er schießt nicht auf uns. Ah, wer hat da auf mich geschossen? Oh, Mann. Ey, sorry. Ich dachte, du warst schon hinter mir. Ey, Chris, willst du mich eigentlich rollen? Hey, ich hab dich hier einfach vorbeirennen sehen. Dachte, du wärst schon hinter mir, weil ich sag dir decken Thomas. Kein Ernst. Tut mir leid. Ah, Mann. Ey, das ist echt nicht dein Ernst. Wieso ich... Oh, ohne Witz. Sorry. Meine Fresse. Das ist echt nicht dein Ernst.